Aber bevor wir den Typen killen gehen, nur kurz schnell pipi. Ja. Ja. Oh! Was ist das? Ich bin eine verdammte Legende! Klar! Ich bin schon wieder am Betzen! Naja, die hier wieder! Wir hupfen die! Giftiger Badass-Grog! Ich habe da Klaptrap-Teile gefunden. Das ist dann so ein Loch eingefallen, der war mir. Ab! Stecken geblieben! Muss am Ketten Arsch gelegen haben! Ja! Meine neue Freundin bekommt eine kurige Hinterkleidung! Willst du beutig die Witzen, musst du Schutze am Arsch sitzen! Die Kurven sind natürlich rein funktional! Was lernt man draus? Klip-Trip-Box Gerd Anal! Ah ja! Was hab ich nicht gesehen? Was hab ich nicht gesehen? Die lila Waffen, die er fallen gelassen hat! Was war's denn? Eine MP! Ach, das war meine! Die hab ich wieder weggeschmissen! Ach so! Oh! Haha! Ja, Mann! Wird auch nicht langweilig, der Witz! Haha! Leistungbar! Ich hab die wegschmeissen! Ach! Du bist drin! Naja! Aber da steht gar nichts davon! Das... das... Irgendwas trage ich Vorsicht! Vorsicht schwierig oder Vorsicht glitschig! Genau! Rutschgefahr steht da ja! Oder genau! Hm! Ja! Zum Verkaufen! Ja! Ja! Die hab ich wieder leben lassen! Hm! Ja, toll! Da gibt's nix! Na! Ja! Außer eben! Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht raus! Hey! Ich wollt ja bloß zur Brücke zurückkommen! Dann ständig wirst du aufquerten! Naja! Gut, jetzt ist das Zweifel! Ja! Den macht man noch fertig! Den gut flattert! Den müssen wir dann mehr zwei wie eins sein! Dann hab ich noch vier Stunden Schlaf! Ja! Tagebuch! Und auftaust brenne ich den ganzen Planeten nieder! Das schwöre ich! Auf dem Land meiner Familie wimmelt es von Fanatikern! Und alles was ich noch habe ist eine Schrotflinte mit meinem Namen drauf und eine erstaunlich leere Flasche Whisky! Kein Wort von Clay! Typisch! Ein Schmuggler ist nie da wenn es Ärger gibt! Jetzt liegt es an mir! Ich muss nüchtern werden! Ich werde kämpfen! Diese feigen Schweine haben ihn getötet als er sich ein Brötchen geschmiert hat! Tch! Tch! So! Wollen wir das da was abschießen? Oder weh? Ne? Ok! Gut! Das wird ein wenig komplizierter als gedacht! das dollar auf der strom oder da hinten jetzt glaube ich so unten ja jetzt ist es offen ja jetzt ist es offen jetzt hat es geruckelt bei mir jetzt ruckelt es deftig geruckelt ja die performance ist nicht optimal das kann bei mir jetzt auch mit der aufnahme zusammenhängen gleichzeitig das hört es gar nicht mehr auf ich habe jetzt gerade drei frames hast du das jetzt auch das ruckelt ja dann hängt es wenigstens nicht an mir jetzt habe ich 17 jetzt geht es wieder flüssig jetzt habe ich 43 jetzt sind wir 60 jetzt hat es aufgehebt bei mir außer jetzt wo ich kurz aufrufe mich nicht sag jetzt nicht dass es so gestützt ist jetzt habe ich schnell die aufnahme gesperrt ja mach mal den tippen fertig ja wo ist denn jetzt hier ach so der ist da unten na gut man hätten so keine treten bauen können in der damm da jetzt ruckelt es schon wieder jetzt ruckelt es schon wieder tja da und das simulat also was ist denn das jetzt ja du bist da also speicherplatz habe ich noch nur an dem liegt es schon mal nicht komisch bei mir läuft es jetzt wieder ja ja schau mal jetzt mal wieder zu bruckeln auf ja haben wir ja nichts anderes zu tun jetzt mal einen rund zu flickern na na hä ja du fliegst es ist bei mir jetzt ein ich starte jetzt meine Späne ja beim wenn das mal nicht die lebende Legende ist laden 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 aber ich bin allein ja ich hab dir zur Einladung geschickt gehabt ja hab ich grad gesehen ja ja mein Kora schimpft schon weil ich nicht ins Bett geh mei guckt schon vor der Schlafzimmer getürnt ja ja geh weiter komm ja wenn ich kuschle ich bin auch schon mit nicht streicheln dann kommt er wieder und dann wieder um jetzt um taxen rum gleich ins bild erst noch blutflattern killen und dann ab in die haare ich hab die flatter du siehst er wird dann richtig penetrant naja ich weiß das mal kotzen mit kotzen geäbt ja hergen per den trotzte so Oh, jetzt wohin? Jetzt muss ich orientieren da. Was ist denn? Ja. Da ist jetzt ein einfacher Sitzer so. Denk mir schon, ich kann nicht schürzen. Naja, du machst das schon. Mein Herz. Wir schauen halt richtig abgebürgt da. Da vorne ist, glaube ich. Ja. Na, du, zum Fall. Jetzt aber oben wieder. Ja, alles mitnehmen, ne? Wieso? Wie weit haben wir denn noch? Geradeaus auf, wenn wir jetzt gar nicht aufstehen brauchen. Na ja, geh lieber zu Fuß. Ja, dann gehst du halt zu Fuß. Trau dir nicht. Oh. Waren da nicht vorhin noch mehr von uns? Ja. Na ja, noch nicht. Ja. 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 Ich muss jetzt schon aufbrechen können So, das war's Jetzt da rein, nein, da nicht Was ist denn da Blutflatter? Andere Seiten Äh, extra Panzersperren hiebaut, oder was? Sei es eh, dass du nicht durch kannst Jetzt warten wir mit der Motorhalsband Können wir vielleicht durch Die Kinder, da kann man es können Lass dir eine Kamera und fahr los! Na, auch nicht, oder? Ja, okay Schade Na, dann müssen wir zu Fuß und weitergehen Aber das ist wieder ein neues Gebiet Du möchtest das wirklich noch machen? Ich hätte gemeint, dass wir den Blutflatter noch töten da Ach mei, ich bin falsch Das war mein Fehler schon wieder Wann, da müssen wir hin Warum bin ich jetzt da raufgefahren? Wir werden es nie verstehen Ach, der Herr ist da Der Inquisitor Und schon ist er weg Kuh bist gerecht Und Inquisitor Blutflatter wird ganz bestimmt niemanden mehr überfahren Das könnte nach der Explosion und seinem neuen Aggregatzustand schwierig werden Komm zurück und lass mich dir persönlich danken Kammerjäger So, hast du den schon also abgekratzt, oder wie? Ja, der ist einmal Ich habe vorhin einmal entgegengekommen So Ich habe ihn dann ein bisschen angeschossen Aber dass der schon zum Brennen angefangen hat Das ist alles auch nicht schlecht Das ist alles auch nicht schlecht Der Planet mag nicht viel hermachen Aber Eden 6 wird von Jacobs verwaltet Und Jacobs ist nicht wie die anderen Konzerne Es ist eine Familie Wir arbeiten und sie verhindern, dass wir drauf gehen Jacobs existiert seit 300 Jahren Wir dürfen den alten Baum jetzt nicht absägen Die Lage mag vielleicht brenzlig für uns sein Aber die Sumpfbewohner sind stark und wir lassen uns nicht einfach so überfallen Ich werde nie vergessen, was du für Coop getan hast, Kammerjäger Ach, und weil du auf Eden 6 bist, kannst du auch gleich diese Jacobs hier nehmen Ich bin so gut Uh, 26 Höstlich Perfekter Abschluss dann Skillpunkt Einer noch Dann kriegt man die letzte Fähigkeit Ja Ja, eine Viertelstunde habe ich noch Gehen wir doch in das neue Gebiet Gehen wir doch rum Da müssen wir gar nicht hin, oder? Ich weiß gar nicht, warum ich da raufgefahren bin Ah doch, das hat da gängens weiter Jetzt ist die Frage, ob man nicht erst ein wenig die Karten nachmacht So gehört Darum sag ja Können wir noch ein bisschen erkunden Vielleicht besser Vielleicht besser Wissen wir auch nicht, wie es weitergeht Vielleicht dauert es dann Aber fahren wir ja kundig Ich hab's überhaupt für Pistolen da gekriegt Ich püsche Okay Minus 62% Waffen schaden Pfff Mhm, danke Okay So Komm schon, wei Ich hoffe noch etwas finden Ich habe bloß etwas vergessen Wahrscheinlich wird man das eine oder andere Wieso noch mal zurückkommen Mit Sicherheit Oh, oh, oh Da hätte ich auch ein Häusel eine Bauf Tja War bestimmt billig der Grund Was für Schinshäusel, hm? Ja Ja Vielleicht tut das Holz ein wenig an Schalldämmen Das ist ganz ordentlich Wir wohnen gerne unter dem Darmstumpf Jetzt haben wir ja dem Damm wieder Catch a right Jetzt schauen wir, was da oben ist Jetzt wieder was zum Aufmachen Ja Wann sie fischen durfte? Muss die wohl fischen werden Der segnet sein, die Banditen Komm her Mach doch schon der Rambazamba Oh, die sind... Oh nein, das sind Gläubige Ah süß Die Schlimmsten Ja Ja Merk's Das ist jetzt der Reihe Ach, du hilf für mich Konzentrier dich Wir werden stark in... Dankeschön Achso, bitte Meistens segnen sie ja gar nicht Wenn das Tampon liegst Aber diesmal schon Aua Da tut dann ein bisschen weh Ja, wo ist für die? Ja Ja Gut Endlich einmal Ahem Neuer Kopf Fugelhalsband Ich glaub das habe ich beim... Also irgendwie könnte man das bekannt Entweder ob man das gekauft einmal Oder beim Sehen benutzt Nein, da... Ja, da ist auch noch rot Bei mir nicht Mir ist die ganze Strecke noch rot Oh... Das Let's Play Bei dir ist sehr wichtig zum Sehen... Bei mir auch nicht so... Nein, ich muss schon wieder auf die andere Seite... Ach, da wäre auch noch was... Ach, da wäre auch noch was... Nein, nein, nein... Ach... Ach... Schöne Werkpunkte... Ja, ich bleib dabei sitzen... Der Warhol war halt bis ordentliches Angeln... Muss man sagen... Doch... Bist du... Na, ich mal... Bist du... Du... Tyre dich, will dich... Götchen, scheißmauern... Man war ohne nicht begeistert... Schönen Griesdrum... Was? So ein Haikrack hier oder was das heisst Ach, das ist dumm du? Ja Aber sonst... Oh gut, jetzt krieg ich einen Andruf auch noch Ding war gerade, hä? Achso, ist das gestiegen Ein sehr interessanter Klingelton Wer rief in die Zeit auch? Warte mal kurz Hallo, Hornes? Hallo? Hornes? Ja, grüß dich Und die Zeit triffst du? Hä? Achso Denk mir schon, was ist das? Ist ja nichts passiert Ja Micha Führ dich? Meine Güte Und? Der Cousin hat mich aus Versehen angerufen Der Cousin ruft dir um die Gute Zeit auch Aus Versehen Auf den Hof können wir aus Versehen, sagt er Aha Das ist ein Reisch So war das ja auch okay Oh Hast du aber gleich gesagt gehabt, hey, Buh Wichtiges Let's Play Ja Da In die Top 5 von YouTube Da kostet nicht einfach Ur Ja Das kostet mindestens St. Carsten Bier Ja Ich glaub das wird jetzt später wusste Ja Ja Mach auf den V8-Samt-Max trotzdem nicht Verzichten, oder? Nicht so wirklich, nein Was eher, weil es wir hoffen ist Hm Das Ding ist auch langsam Hä Da oben hat das auch aus Ja Hast du das nicht gesehen g'feuern? Also ich mein da ganz oben halt auf den Baum stumpf da Ja, ja Ja, ja Hast du das nicht gesehen g'feuern? Nein Ich schon Soll ich irgendwie raufgekommen? Glaube ich nicht Abgefahren Oh, doch Soll ich mal raufgekommen Da ist ein Fahrzeug oben Hier soll es da raufgekommen Schauen wir mal Ist das doch rauf wieder? Vielleicht Oh, da komm ich nicht hin Na, da ist dicht Hä Kannst du auch nicht ganz von oben oben springen Na, da ist es zu weit weg Von da unten erst recht nicht Wie soll es denn da raufgekommen? Da ist es ein Raufgekommen Wie geht es denn da raufgekommen? Da ist es ein Raufgekommen Der hat mir nicht gefallen. Ja, und jetzt sind wir da. Ja, aber ich denke, du schaffst schneller, bevor du das merkst. Dann hätte ich dir gesagt, ja, wo ist das Auto? Ja, ja. So, Patsi. Ja, da ist er, catch a right. Oder na? Hey, du drückst gerade auf der Kopf und g'singen. Wo haben wir denn? Ach, in die Richtung. Oh, das ist raus, jetzt wird. Das ist ein Mensch. Da ist er, wo es auskommt. Weil das grün in die Arme an. So. So. Okay. Was ist davor? Pah! Gefällt mir! Gefällt mir! Das ist jetzt, wir schauen, wo du bist. Hier wird überhaupt nicht mehr. Ja. Hä? Unten bist du? Schau. Guck mal, wo's dir jetzt den roten Flicken durft. Gell. Hm. 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 Schon wieder kein Charite. Ja, die gibt's doch häufig. Hm. Hm. Im Grund Jetzt muss ich erst einmal die Route da verfolgen, wo du da oben fährst Der ist ja wieder am Arsch der Retto Das passt außerhalb der Karten Ja, ja Ich hab mich fast schon wieder abgeschossen in den Maschinen da So, dann haben wir aber da Ganz Flickl Ist einmal dabei erfahren So, Thema erledigt Und dann fahren wir jetzt an Mhm, mhm, mhm Mhm, 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 mhm Mhm, 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 mhm Mhm, 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 mhm Vorn und D jetzt rum so ein kleines dörfchen schauen wir jetzt noch ein dörfchen ein haus schon wieder so irgendwelche fanatiker da das nächste geld und munition wenn es das nicht gelohnt hat freuen jetzt hat lang scheiß direkt da jetzt wieder extra rumfassen muss ich ja trotzdem noch mal dahinten ich weiß nicht ob ich wo du bist ich sehe keinen lila punkt ich könnte mich eigentlich rein theoretisch zu dir teleportieren was aber irgendwie nicht du bist jetzt da mitten auf der wiesn da beim catcher right verstehst du bei mir wenn du auf karten schaust da ist der schlüssel bei mir ist kein schlüssel da doch freilich habe ich nicht gesehen ja also ist es zu kies oder hellblau du weißt ja wo ich stehe oder da oben hab ich vorhin gesehen ja ach beim schnellreise ist es der punkt da ich muss aussteigen, sonst kann ich es nicht benutzen dann haben wir wieder vereint ach bei ihm bist du was ist denn lily ja kuscheln 110 musst du kacken wir haben auf sendung mensch ja recht finde ich gut ja tut stinken ja jetzt lasst er noch einen vorn schön ah ich würde jetzt sagen was stinken wirklich ist es gibt nichts schlimmes wie katzen scherst ja ah lily wie lange hast du denn aufgekommen hihihi 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 ja da wird sich selber die Nosen gell hihihi oh boah hihihi wo ist dieser verdammte Jabber du Sau ja und jetzt verschwinden ja klar ja gut da hatte ich sagen wann stehen lassen lassen wir dann pausieren ja gut ich weiß jetzt nicht wo du bist aber ich bin jetzt bei dem Haus bei dem Typen mann diese lange Weile war ziemlich in der Nähe da gehen wir hier müssen wir ja dann ein passendes Ende zelebrieren damit bist du initiiert so bin schon auf dem Weg ich werde dich beschützen boah lily na oah na da komme ich wieder nicht durch da ist schon wieder gesperrt da kannst du mit einem Auto das Zeug da zusammenschießen wo hast du zusammenschießen da wo ich bin bist du oben oder wo bin oben ich laufe ich laufe ich bin gleich da auf die 1-2 Minuten kommt jetzt auch nicht drauf vergesst nicht im dunklen Wort zu geräuschen ich möchte mich auch wenn dann schon gebührend verabschieden so vor Angesicht zu Angesicht meinst du richtig aaaah da war so ein blöder Enforcer da naja da sieg ich eh schon wieder rumlaufen da gehen wir in eine gute Stube ja ja gehen wir ins Witzhaus au super super ach so haha was treibst du denn da unten eigentlich naja gebührende Abschluss bitteschön gibt nicht immer mehr XP glaube ich so ein Krampf ach Gott sei Dank der Geier was geht denn so Kammerjäger ich spreng jetzt alles in die Luft was ich da bin au das trifft ja eh nicht das trifft ja eh nicht das trifft ja eh selber so 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 nix bloß ha 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 ich hab nur mit Korrosionsschaden und ich gleich vorbei mit dem Meggit ha 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 und rostet der Zahn geht's ab so ich komme nicht zu mehr jetzt brauche ich nicht mehr so Shisha raus oder? ja ja ich würde sagen man schreibt sich bisschen Material hast wieder ja auf jeden Fall so sind sie sehr schön ich muss ja nicht über die Sonntagse her wo einmal ja nicht dass ich noch das alte Herz da überfordert da das geht natürlich gar nicht ja ja man schreibt sich und mal schauen wie es weitergeht ich möchte einen kurzen guten Schlaf ja zwei aus dann kann ich mir nochmal hinlegen ach du hast Nachtschicht oder was? nein ich muss ja am Samstag in der Früh wieder ja oder leben also morgen habe ich quasi frei und so heute ja stimmt heute ist ja schon Freitag genau samstag Nachtschicht oder Frühschicht? in der frühe aber ich bin da ganz allein zwölf Stunden lang huck ich bloß auf meinem Arsch das wisst du wie viel ich jetzt geschlafen habe weil da bin ich sowieso müde ja gut rein theoretisch kommt man morgen also heute weitermachen dann weil die Freien die hat Spätschicht mhm die fang da oben wo ich aufhör um 2 bis um halbe 10 und da ist dann immer recht kaputt die fahrt heim zieht sie aus legt sie ins Bett und rrrr ah ja praktisch ja das ich hab zwar morgen auch Zweiferschicht aber das ist nicht so tragisch da kann ich dann wie bei dir tute Hose ja also wenn es jetzt zusammen geht können wir halt am Nachmittag auf die Nacht schon noch 1, 2, 3 Stunden investieren ja das macht man auf jeden Fall ja schreibst mir halt wann es da am besten passt ich bin wie gesagt ab ja halb wie 3 am Nachmittag daheim können wir auch da schon anfangen können wir erst auf die Nacht anfangen schreibst mir halt dann genau machen wir es auch so aber dann schlaf gut dann das Nächtle 2, 3 3 2 4 4 5 6 6 7 6